Yu-Gi-Oh! Na egal, und Loan, und Loan Moaning. Wie auch am heutiger Deckbrot ist Joel mit einem Dino-Miss-Deck. Wären wir First gegangen, wäre das Blatt ganz nett gewesen. Nevermind. Set, Five, Go! Nein! Ne, Set... Drei! Drei, falls er eine Fünfte hat. Einen Holding zweimal, also Rush. Ja. Okay. Er hat anscheinend keinen Loan Moaning gezogen. Weil das jetzt wirklich geändert haben. Oder er hat sich aufgehoben, hat gehofft, dass wir ihn nicht umbringen können, und dachte er kann dann jetzt, nachdem wir einen Pod aktiviert haben, den Loan Moaning noch krasser abgehen. Sieht nicht nach Loan Moaning aus. Aber er kann auch kommen. Ne, Quatsch. Er ist am Offering, bitte. Er meinte, ich könnte jetzt kommen. Kriegen. Und so. Hm? Ach so. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Ja, du weißt, was ich meine. Man spielt ja gerne Dingens hier. Verschwinden vor dem Loan Moaning. Alles drücken wir auf das Gegenteil. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Die kenn ich nicht mal. Die kenn ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich auch nicht, weil die keine Sau spielt. Ne, ne, ich kenn die nicht im Sinne von, könnte Neue sein. Du, vielleicht hast du ja gerade einen Namen. So, und jetzt hätte ich gerne eine Scale for free. Nein? Und wer würde gerne mal? Ja, doch, tatsächlich. Am besten eine High- und eine Low-Scale. Das ist ganz gut, habe ich gehört. Aber. Ja doch. So, also einmal als High-Scale. Und Low-Scale. Als Low-Scale. Ja. Keiner. Und Baum. Äh, ja. Mhm. Zum Glück nicht gut. Boah, Alter. Was ist das? Was kann der Spinos? Der kann nichts wichtiges sein. Wir kriegen's hier. Ach so, ja. Dann würde ich sagen, pendeln wir den mal rein und latschen ihm volle Hütte rein. Wir haben noch zwei Rushes, weißt du. Ja. Wir können jetzt auch einen davon gerne aktivieren. Erst reinladen, dann Rush aktivieren. Ja, okay. Ja, ist ja gut, Mensch. Na? Komm, aktivier deinen Wahnsinn. Was auch immer der macht. Wir sehen mal, ob der neu ist oder eine alte Karte war. Also ich kenne nämlich von Void eigentlich nur die eine Trap, die sagt, du darfst in der Stand-by-Face zwei, äh, zwei Infernoids millen. Es gab schon zwei. Glaub ich. Ja, stimmt. Und dann gab's noch eine, die war schlecht, aber die ist nicht Wahnsinn. Sicher? Ja, bin mir relativ sicher. Wie sehen Sie? Irgendwie, die hat irgendwie gesagt, du darfst in deinem Zug einen millen und... Nee, das verwechsel ich. Nein, nevermind. Ich halte die Klappe. Das war da... War das der Seher? Welcher Effekt hat das nochmal der Spinos? Der hat keinen anderen Weg-Tribut noch nochmal anzugreifen. Das musst du, glaub ich, in der Mainphase machen. Ja, klar muss man das in der Mainphase machen. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt einen Rex. Der muss zerstören, ne? Ja. Das heißt, wir holen jetzt einen Rex. Und dann können wir nämlich, äh, Mainz zwei den einfach, den Spinos weg-Tributen, um ihm ne... Ne... Um, äh, ihm ne Handkarte zu nehmen. Auch wenn ich bezweifle, dass sein Handk... Ja. So, jetzt hat er. Lege eine. Ah, das war das! Okay, die ist neu. Oder? Ah, ja. Ja, doch, die ist ganz nett. Hm. Ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, Gönnung. Außerdem mäßig nervig. Das heißt, er kriegt eins, drei und vier. Muss genau dran oder bis zu drei? Bis zu drei. Achso. Wir können einfach einen großen holen. 6 und 2. Oder 6, 1, 1. Ah, ist auch nicht schlecht. Hm. Was kann der Sechser? Sehen wir gleich. Jette. Und diese Karte einen, äh... Eingang deklariert, kannst du einmal drüber extraken, denn es ging das verbannen. Er sucht sich das aus. Hier, kiki. Das ist irgendwie, ja gut, das ist irgendwie so, ja... Gönnung. Mhm. Der Wahnsinn ist nicht schlecht. Hm. Gut, folgender Vorschlag. Wir greifen jetzt mit dem das Viech an, tributen dann den, greifen das Viech an, tributen ihn dann und bouncen ihm den lang. Wie klingt das? Ähm, wenn wir einmal hier, äh, wenn wir einmal tributet haben, dann können wir nicht nochmal tributen? Nein, hierfür tributen. Den tributen wir für den Effekt. Er greift den an, aktiviert seinen Effekt, opfert den und greift den dann an. Dann, aktiviert den Effekt, opfern den und bouncen den. Okay. Er kann natürlich einen Response-Fact tributen. Welcher hat er jetzt reingelegt? Ah ja, die beiden großen. Warte mal, halt. Der eine kann Monster annulieren und den anderen zauberfallen annulieren. Wir müssen ihm jetzt den über den Haufen schießen, der zauberfallen, äh, der Monster annulieren kann. Kurze Frage. Was zum Fick laberst du? Wir greifen jetzt einfach an. Einer von den... Ach so, du meinst von den Dekatrons. Einer von den beiden Dekatrons kann jetzt Monster annulieren. Ja, der Stufe 9er. Ach, der Stufe 10er. Müsste das sein, oder? Den müssen wir jetzt nämlich weglatschen, weil ansonsten annuliert ihr uns das. Ja, der 10er. Wir können ihm auch fast eine Karte ins Deck mischen. Das ist vielleicht fast noch besser. Ja, dann den da. Dann hat er weniger Material. Nee, nee, kannst du den bauen doch sowieso. Nee, kannst du den auf die Hand zurücknehmen. Wir mischen Dekatron rein, damit er... Oder? Wir greifen den Dekatron an. Ja, okay. Wir greifen den Dekatron an. Ach so, jetzt ist er dran. Ist lang gelabert. Ja. Ja. Hm. Okay. Ja, gut. Dann. Schau mir aus. Mal wieder Klang gelabert. Das Gute ist, Dekatron, äh, Infinity ist nicht so... Weltmeisterin, der geht an einem Zug umzuboxen, wenn man nur 7 Karten im Friedhof hat. Ja. Na, er kann jetzt den einen großen raushauen, der alle Zauberfallen banisht. Der nervt aber, der killt uns nicht. Ist richtig. Der setzt sogar nur eine Two-Turn-Clock. Wie genau ließen er sich nochmal? Das ist der andere. Ach so, äh... Der eine banisht alle Monster und kann dann Zauber annullieren und der andere banisht alle Monster, äh, alle Zauber und kann dann auch Monster annullieren. Unterschied. Äh, dass alle Zauberfallen Karten zerstören, nicht verbannen. Ach so, ja, gut. Macht einen Unterschied, dann lande ich nämlich im Extradeck. Ja, ja, das macht tatsächlich einen Unterschied. Genau deswegen hab ich ja geguckt. Der nämlich wirklich banisht. Okay, der Monster, der banisht alle. Und beim annullieren banisht im Sinn. Richtig, weil der zerstört nämlich auch bloß, glaub ich. Da kommt ein großer. Hm, hallo Deviati. Aber da kann ich den Rush noch vorher aktivieren, weil der nämlich nur Monster annulliert. Sehr. Glückwunsch, das war gerade eh nicht der Plan gewesen. Okay. Dann Plessy. Ja, der könnte, der könnte durchaus mal, der könnte durchaus ganz gut kommen, ja. Das war schlecht. Gerade eben. Hätten wir vorher machen müssen. Dann hätten wir jetzt den anderen angekettet und dann eben das Wichtel-Instant zurückgebaut. Und was macht das jetzt? Das ist eine Instant Fusion. Aber. Ja doch. Halt wirklich. Dekatron auf, was kommt jetzt? Also der Dekatron hat actually keinen Effekt. Oder will der jetzt kosten? Das hört man gleich sehen. Nein. Hm. Amades? Vielleicht. Hm. Keine Ahnung. C. 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 G. Ähm. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen. Das sind ja doch, wir hatten noch einen Rush. Wir hätten noch eine Runde überlebt. Durch Rush. Und hätten dann mit dem Call die nächste Pendel-Scale gesetzt und dann wäre Party gegangen. Dann wären wir mit dem Call in das Scale gekommen, Pendel für 5 und boom. Ja. Richtig. Zumal ich jetzt gerne mal kurz in den Streetplay gehen und mal wissen würde, was wir gleich als nächstes nachgezogen hätten. Und was er noch alles hätte machen können. So. Da sind wir wieder. Also die Call die als nächstes nachgezogen hätten wäre... Terran. Wäre... Auch hätte man machen können. Hätte man setzen können. Hätte man auf jeden Fall überlebt. Zusammen mit dem Rush. So. Was hat er denn jetzt noch? Ne. Er hatte einen 3G-Kill. Ja. Ja ne doch. Der Rush hätte es geregelt. Er aktiviert den 3G-Kill nicht auf einverdecktes Monster. Was hätte er denn jetzt nicht geholt? Ja. Achso. Mhm. Ja gut. Das macht ja Sinn. Ja. Was müssen? Tiara. Okay. Er hat keine 5er Synchro. Er hat einfach nur verpeilt, dass das Millen von Decathlon keine Kosten sind. Klammer auf, hätte man nachlesen können. Ähm. 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 Was hat er denn sonst? Im Deck wahrscheinlich die übliche Law Mowing ein bisschen ähm. Ja, Left'em Offering und natürlich den Junishishi Scheiß natürlich. Ja. Ja, ja. Das übliche. Ja, Law Mowing, Left'em Offering, das übliche. Mhm. Gutes Deck. Gutes Deck. Gutes Deck. Ja, und mit Zodiac Engine, das ist gut. Das ist die erweiterte Zodiac Engine, aber ansonsten nichts Unerwartetes. Erweitert? War ne Vipern drin? Hm? War ne Vipern drin? Ja. Ah ja. Ja, doch. Ja, ist gut. Ja. Ist gut. Ähm. Ja. 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 Hätte jetzt hätten wir abwehren können. Gut. Okay. Ja. 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 Wirklich schlecht, aber interessant auf jeden Fall. Ja. 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 Ja stimmt, sonst kriegst du noch gute Exisematerial, das ist noch eine andere Möglichkeit, was in Friedhof zu bekommen. Ja. Na ja. Trotzdem, den Topf der Reichtümer würde ich trotzdem nicht spielen, weil du baust eigentlich nicht darauf, dass deine Fische in Friedhof landen. Das passiert zwar, aber die paar, die kannst du auch dann verschmerzen. Ja, ich habe für Reichtümer kann auch aus Magdratech recyceln, aber trotzdem ist die Karte meistens nicht so dolle. Weil die Karte dann extra... Ja, ich meine, sie ist ein Plus. Sie ist ein Plus Eins, aber du kannst sie in dem Zugang nicht exisen. Das ist... Ja, es ist okay. aber jetzt nicht denke ich denke ich nicht top das größte Problem im Deck ist halt, dass es Dynomist ist und die halt manchmal ein bisschen langsam sein können die Fallen sind interessant also dreimal Rush, klar ist gut, dreimal heulen ist einfach nur OP das ist ein kleines Monkeyboard, sag ich mal, es ist nicht ganz so schlimm aber das ist dann Torrential finde ich interessant da gibt es eigentlich, also die kann man spielen, Rotzige wird dann normalerweise auf 3 gespielt, weil sie ihn dreimal haben aber wir haben ihn halt nicht auf 3 und ja, wir wissen, dass du unter Begründung in deine Mail geschrieben hast was die Idee hinter dem Torrential war trotzdem ist die Karte aber mäßig gut sie ist schon ganz okay, also würde ich jetzt sagen ist okay, Warning und Vanity sind halt die Traps, die man bezahlen kann deswegen sag ich jetzt mal nix, weil da keine Strikes und keine Barrier drin sind die kosten immer ein bisschen was und ja, doch, Strike ist besser als Warning ähm, in eigentlich allen Fällen weil er, weil Strike einfach ähm mehr Sachen annulieren kann als Warning also die meisten Monster, die durch externe Beschwörung geholt werden sprich nicht durch Strike geblockt werden können, haben dann einen aktiven Effekt genau dann strikt man halt den und wenn ich heiße, dass Strike grundsätzlich immer besser ist es gibt sicher auch mal Punkte, an denen er hat Warnung ihre Momente zum Beispiel gegen den nervigen Winter aber im Regelfall hat Strike steht man mit Strike besser da und natürlich der die minimale Upside, dass der äh 500 Punkte weniger kostet, ja ja, aber Barrier ist sowieso das Beste aber ja, das sehe ich ja ein ähm ähm ansonsten stelle ich gerade doch, doch Norden war im Extradeck, ich hatte Knick in der Optik äh, Dickforzack ist nicht so dolle also echt nicht ähm weil das ist so, wie dem Milch spielt es halt den meisten Decks in die Hände ähm das ist gar nicht mal der Punkt oder viel aber der Punkt ist einfach, dass du drei Level 5 Monster nicht zu einem Dickforzack überlagern willst mit denen du es einfach angreifen und eventuell danach noch einen Infinity Day erlegen aber sonst nix das ist sicherlich auch richtig ähm stimmt doch, der 3 ja, ja das ist das Problem ansonsten mit 2 Overlane 3200er Beatstick nehme ich schon mal mit aber ne ähm mit 2 Overlane ist ja nicht 3200er Attack naja, eben ich hätte den auch von der Tag her schwächer im Kopf ich habe den Cut irgendwie gerade falsch im Kopf gehabt, na egal ich würde vielleicht auch überlegen einen T-Rass zu spielen eventuell äh der würde den Job wahrscheinlich besser erwarten äh den Hope Viva Dragon finde ich jetzt auch nicht besonders pralle, muss ich sagen da gibt es auch wieder Karten, die den Job besser machen also beziehungsweise einfach so, der ich mag den Hope Viva einfach nicht so sehr der Effekt ist so situational klar, wenn sie zerstört wird, darfst du ein Monster vom Friedhof specialen aber du kriegst den in deinem eigenen Effekt nicht du kriegst den in diesem eigenen Deck nicht tot weil er sagt nicht, dass er vom Gegner zerstört werden muss aber du kriegst den halt in diesem äh Deck nicht durch Effekte tot außer ich habe irgendwas überlesen ja, das Dark Hole ähm, ja Glückwunsch und ja also da finde ich Dark Hole und Torrential die beiden crushen den also ich kann mir nicht vorstellen dass dir hier nichts besseres einfällt was man Rang 4 technisch ins extra Deck reinpacken kann und Direwolf ist zum Beispiel eine gute Karte, habe ich gehört oh ja 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 dann kriegt er 6,5 bis es 10 Punkte weil Dynamist gerade nicht das allerstärkste Deck das ist sicher, Holding ist eine super Karte aber es ist trotzdem ja, Holding ist echt gut aber es ist halt trotzdem wieder eine Fallenkarte und ja aber als Superkarte wäre die ein bisschen stark ja aber das hilft dem Problem nicht, nämlich dem Tempo Dynamist kann im First Turn nicht so viel hinböllern ja, zumindest nicht viel und dabei noch Plus gehen du kannst du kannst natürlich Scale Scale äh, Pendel 3 aber Glückwunsch, du hast keine Hand mehr richtig die stärksten Dynamist Cards sind halt fast alles Fallenkarten das heißt, die brauchen einen Zug und den geben halt die meisten Deck die ZD-Vaxin nicht ne deswegen 10 Punkte hierfür wenn ihr in Instagram schicken wollt dann guckt in die Videobeschreibung ansonsten euch gefallen dann vergesst nicht zu bewerten und das ist das nächste Mal ciao foli dein Teil pilfer im at im Bis zum nächsten Mal.